Was ist der Auftakt unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film für dieses Jahr? Diese Reihe gibt es seit dem Jahr 2005, ist damit tatsächlich die längst laufende Reihe dieser Art in Deutschland. Und eine ganz besondere Reihe für alle, die noch nicht da waren. Wir zeigen einmal im Monat ein aus unserer Sicht herausragendes aktuelles deutsches Kinowerk. Und das zusammen mit EPD Film, Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film, die ihren Sitz hier in Frankfurt haben. Sabine Horst ist hier die Chefredakteurin, die das ganz toll mitbetreut. Und nach dem Film gibt es deswegen auch immer eben das tolle Format des Werkstattgesprächs zu einer Autorin. Heute ist es Maxi Braun, dann auch mit den Filmschaffenden hier vorne diskutiert. Und natürlich auch Ihnen. Sie haben dann auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und ja, das Besondere ist ebenfalls, dass die MacherInnen da sind. Sie kommen jetzt in dem Fall ganz frisch aus dem Silvesterurlaub. Sie waren in Dänemark und machen jetzt hier auf dem Weg nach München Zwischenstopp in Frankfurt. Begrüßen Sie bitte die Regisseurin Anna Roller und den Kameramann Felix Flieger. Herzlich willkommen in Frankfurt. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Und ja, ihr habt erstmal ganz toll, es ist der Abschlussfilm bei euch, wird nachher noch drüber geredet. HFF München und jetzt das Besondere, das war gleich eine Festivalpremiere, wie es sie vorher nicht gegeben hat. Denn parallel beim Filmfest München und in New York beim Tribeca Filmfestival. Vielleicht sag uns einmal, wie kam es überhaupt dazu und wie habt ihr euch aufgeteilt? So mitten durchgeteilt. Wir hatten den Film ganz normal eingereicht bei mehreren Festivals und dann eine Zusage vom Tribeca Filmfestival bekommen. Während wir aber noch mit den beiden KuratorInnen vom Filmfest München im Gespräch waren und dann saßen wir mit denen zusammen und hatten gerade ihnen den Film gezeigt und haben gesagt, wir haben schon eine Zusage, aber die Festivals sind so nah aneinander. Und ich weiß nicht, wann die das zum ersten Mal gemacht haben, aber sie haben das jetzt schon öfter gemacht, auch bei diesem Festival nochmal, dass sie sich die Weltpremiere teilen. Und dann haben quasi beide Festivals weiterhin diesen Status der ersten Vorführung, aber der Film hat die Möglichkeit, national und international gleichzeitig zu starten. Und für uns war es einfach sozusagen das Beste aus zwei Welten, weil wir in Deutschland eben auf dem Filmfest München, wo wir auch viele vom Team aus München kommen, den Film dort wie so ein Heimspiel zeigen konnten, aber gleichzeitig auch natürlich einen internationalen Start hatten, der so für die zukünftigen Filme auch toll ist. Na klar und vor allem auch internationale Presse, Felix, du warst auch dabei bei den Festivals. Wie war denn so die Resonanz, auch gerade jetzt vielleicht in den USA? Wie hast du es aufgefasst? Ja, es war toll, den Film zeigen zu können und gleichzeitig ist es in Amerika dann doch so, dass die mit ganz anderen Augen so nach Europa gucken. Und viele waren so überrascht und begeistert, dass man innerhalb von vier Stunden in ein anderes Land fahren kann mit dem Auto und so. Also was wir halt, ja, wir kommen jetzt aus Dänemark und man könnte nach Frankreich rüber und so weiter. Also das Konzept Europa ist noch ein bisschen, ja, die alte Welt und alles ist da irgendwie auch Kunst und so. Das ist Old Europe. Ja, genau. Und das mochten die schon sehr und die haben auch, ja, den Film sehr auf sich wirken lassen. Das war toll. Ja, ihr nehmt uns ja auch mit auf eine Reise, die besser als bei diesen Null-Grad-Temperaturen da draußen nicht sein könnte, ins flirrend heiße Italien. Aber vielleicht bevor ihr dazu was sagt, das macht ihr vielleicht erst nach dem Film. Wir haben hier ja das Schöne, keine Werbung vorweg, sondern einen Vorfilm. In dem Fall einen Kurzfilm, den du oder sogar ihr zusammen gemacht habt und für den ihr den Deutschen Kurzfilmpreis bekommen habt. Gör. Magst du, Anna, etwas davor sagen, was erwartet uns in Gör? Also ich glaube, inhaltlich will ich gar nichts sagen, aber der Witz ist, dass dieser Film entstanden ist, weil ich eigentlich mit einer Autorin einen Langfilm geschrieben habe. Und wir hatten eine Szene, für die wir immer Kritik bekommen haben. Und alle haben immer gesagt, so, die passt da nicht rein, das stört uns. Ich kann noch nicht genau sagen, warum, weil ihr es gleich seht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Szene raus, aber nur, wenn wir aus dieser Szene einen Kurzfilm machen. Und waren eben schon so in den ersten Vorbereitungen für Dead Girls Dancing und hatten das Gefühl, wir dürfen noch einmal einen Kurzfilm machen, mit dem wir wirklich was ausprobieren, üben. Und so ist, wie sozusagen aus einem Abfallprodukt, ein kleiner eigener Kurzfilm entstanden. Wir freuen uns sehr, denn es ist bei weitem kein Abfallprodukt. Es ist ein ganz wunderbarer Kurzfilm, der dadurch halt auch super passt zu Dead Girls Dancing. Also schon mal einen großen Applaus, Anna Roller, Felix Flieger und jetzt viel Spaß mit Gör und Dead Girls Dancing. Danke euch. Dankeschön. Die Regisseurin Anna Roller und ihren Kameramann Felix Flieger, kommt zu uns nach vorne. Und den Applaus halten wir durch, bis wir vorne sind. Bitte, nehmt in der Mitte und hier Platz. Und dazu kommt Maxi Braun, sie wird das Gespräch führen. Sie ist von IPD Film Autorin und wird erst mal ein bisschen mit den beiden unter sich sprechen. Sie kennen das und dann wird das Ganze auch zu Ihnen geöffnet. Aber jetzt zunächst alles, alle Mikros sind an. Maxi, du hast das Wort. Ja, vielen Dank Urs und auch nochmal einen schönen guten Abend von mir. Ich freue mich, dass ihr beide hier seid, um mit uns über den Film zu sprechen. Ich freue mich auch, dass Sie und ihr hier seid und wie Urs gerade schon gesagt hat, ich habe jetzt das Privileg, die ersten Fragen zu stellen. Das erste, vielleicht auch weil es so kalt draußen ist, was mich besonders gepackt hat, war, du hast es vorhin schon erwähnt, diese flirrende Atmosphäre. Aber verratet mir doch oder verrate du mir doch, wie habt ihr dieses Dorf gefunden in Italien und ist das wirklich eine echte Kirche, in der ihr da euer Unwesen treiben durftet? Das Dorf haben wir gefunden durch sehr viel Roadtripping zusammen. Also wir sind relativ, es klingt so lächerlich, aber wir haben natürlich erst mal uns Google Maps angeguckt und nach kleinen Dörfern in abgelegenen Gegenden gesucht, mit verschiedenen Filmkommissionen Kontakt aufgenommen und sind dann wirklich einfach losgefahren und haben die alle abgeklappert. Und wir haben natürlich nach ästhetischen Aspekten gesucht, aber wir haben auch nach einem Dorf gesucht mit Leuten, die Lust darauf haben, ein Team von 30 jungen Menschen, 30, 40 jungen Menschen aufzunehmen für fast zwei Monate und sind im Endeffekt bei Civitella Dalliano gelandet, einem Dorf mit dem coolsten Bürgermeister, den man sich vorstellen kann, Giuseppe, der möglich gemacht hat, dass wir dort drehen durften. Dieser Altstadtkern hat tatsächlich, ich glaube nur noch 14 Bewohner, die dort wohnen. Also der Altstadtkern ist wirklich sehr, sehr ausgestorben und die Menschen dort haben uns ihre Türen geöffnet und zwar wortwörtlich. Wir sind mit Giuseppe durch das Dorf gegangen und haben gesagt, das Haus finden wir interessant und das Haus finden wir interessant und dann hat er die Türen, der großen Schlüsselbund dabei und hat die Türen aufgemacht und bei einem ging die Tür nicht auf, dann hat er eine Säge rausgeholt und hat das Schloss aufgesägt. Und dann hat er uns den Schlüssel für den Stromkasten gegeben und hat gesagt, ah ja, in eurem Drehbuch gibt es ja Stromausfall oder keine Dunkelheit im Dorf, hier geht das Licht im Dorf aus und so sehr sind wir dort eben willkommen geheißen worden und deswegen ist die Wahl auf das tolle Civitella Dalliano gefallen. Und die Kirche war tatsächlich eine echte Kirche, in der auch normalerweise sonntäglich Messen abgehalten werden und wir haben dem Pfarrer erklärt, was wir da machen und dann hat er gesagt, ich nehme jetzt mal die Bibel raus, hat die zugeklappt und in Sicherheit gebracht und gesagt, okay, jetzt dürft ihr diese wilden Sachen machen. Aber es hat sich tatsächlich, es war furchtbar, der Drehtag, also alle haben sich sehr unwohl gefühlt und wir waren sehr froh, als es abgedreht war. Und das war ganz seltsam, weil es natürlich in dem Raum auch alles sehr, sehr hallig war, das heißt, es haben alle mit sehr leisen Stimmen gesprochen, alle Ansagen wurden sehr leise gemacht und dann plärren da die Mädels rum und springen mit den Turnschuhen auf den Altar. Aber wir waren alle sehr froh, als es vorbei war. Also so einfach ist das im erzkatholischen Italien eine Kirche, um zu entweihen für den Moment, in dem man die Bibel zuklappt. Nur in dieser, glaube ich, mit einem sehr offenen Pfarrer. Ich möchte gleich auf jeden Fall nochmal auf dieses Dorf und die Atmosphäre und die Räumlichkeiten zu sprechen kommen, aber vielleicht magst du was sagen, wie du deinen Cast gefunden hast, weil das sind ja tatsächlich gar nicht so unbekannte Schauspielerinnen. Ja, also ich wusste von Anfang an, dass es mir auf das Ensemble ankommt, also dass wir eine Clique von vier Frauen finden, die auch im Schauspiel eine flirrende Dynamik spielen können. Und wir sind erstmal sehr klassisch rangegangen mit dem Casting, mit einer Casterin aus München, Franzi Aigner. Und ich hatte mir so vorgestellt, dass wir so Ensemble-Castings machen und wir immer vier verschiedene junge Schauspielerinnen in einen Raum bringen. Und dann mache ich ganz viele Übungen mit denen und dann war Corona. Ja, und es gab diese Haushaltsregelungen, wie viele Haushalte zusammen in einem Raum dürfen und mit Produktion, Regie und Kamera sind es schon drei. Und dann hat dieser Plan nicht geklappt. Und wir haben uns sehr wilde Konzepte gemacht, indem wir uns überlegt, indem wir über Zoom gecastet haben. Und dann habe ich die Einzelnen getroffen und Einzelnen gedreht und das zusammengeschnitten. Und ja, habe dieses Ensemble sozusagen digital zusammenstellen müssen und habe sie dann tatsächlich in der Probenwoche zum ersten Mal alle vier vor der Kamera gehabt. Und das Ganze hat auch zu einem richtigen Downer geführt, weil nach ein paar Tagen die beiden Schauspielerinnen Luna Jordan und Noemi Liv Nicolaisen, die Ira und K. spielen, zu mir kamen und meinten, sie können gar nicht miteinander. Und sie fühlen es gar nicht. Und dann haben wir uns einen Tag, haben einen Plan geändert und uns einen Tag nur um deren Freundschaft gekümmert und deren Backstory und deren Dynamik. Und hatten dann auch so Stuntproben und irgendwie habe ich schon am Ende des Tages gefühlt, dass was geknackt wurde. Aber eigentlich hat sich dann erst richtig beim Dreh herausgestellt, dass genau dieser Stolperstein am Anfang so der Schlüssel dazu war, dass die beiden jetzt inzwischen tatsächlich zu sehr engen Freundinnen geworden sind und dann beim Dreh auch eine sehr, sehr enge Verbindung hatten, weil sie eben diesen unangenehmen Start überwunden haben gemeinsam. Und im Endeffekt sind die vier aus sehr, sehr unterschiedlichen Schauspielhintergründen. Also Luna Jordan spielt, seit sie ein junges Mädchen ist, also hat sehr, sehr vielen Filmen schon mitgespielt. Katharina Stark kam ganz klassisch von der Schauspielschule, also war auch aus München, von der Falkenberg, mit der die HFF oft zusammen kooperiert. Und Sarah Gianelli kommt eher vom Tanztheater, also es war auch ihr erstes Filmprojekt. Und Noemi studiert eigentlich Bildende Kunst und spielt sehr intuitiv, weil sie Lust darauf hat, hat aber auch ganz, ganz andere Interessen und ist auch gerne hinter der Kamera. Und das hat sehr Spaß gemacht, diese vier komplett unterschiedlichen jungen Frauen dann zusammenzubringen, die auch sehr unterschiedliche Techniken haben und hat mir aber die Möglichkeit gegeben, diese Dynamik immer sehr frisch zu halten, weil ich wusste, dass sie sehr unterschiedlich funktionieren und was ich dann jeweils tun kann, wem ich was gebe, dass die Szene so frisch bleibt. Ja, ich finde auch, dass das außergewöhnlich gut funktioniert, weil man schon merkt, dass sie einen festen Zusammenhalt haben, aber man fragt sich ja schon am Anfang so unterschiedlich wie die sind, ob die sich in 20 Jahren noch kennen, je nachdem wohin die Wege sie führen, man weiß es nicht. Wie schwierig war das für dich oder für euch, nicht nur den Fokus bei diesen Figuren zu behalten, sondern du hast es gerade schon mit der Szene in der Kirche angedeutet, sie machen ja auch Sachen, die man jetzt vielleicht auch nicht immer so unbedingt gut finden muss. Also wenn sie die in dem Palazzo da rumvandalieren, denkt man noch, na gut, sind reiche Leute, aber wenn es dann in der Kirche ist oder in dem Supermarkt, denkt man ja schon so ein bisschen so, vielleicht treiben sie es zu weit. Wie war da die Herausforderung, dass man nicht nur von der Geschichte her, sondern auch mit den Sympathien bei den Vieren bleibt? Du meinst jetzt für mich als Regisseurin, weil den Cast hat es natürlich sehr viel Spaß gemacht, also die haben vor allem den Supermarkt-Tag sehr genossen. Ja, ich glaube das war vor allem dann natürlich im Schnitt die Frage, also ich hatte immer das Gefühl, mit dem Film erzählen wir die, oder wir haben es immer so genannt, die emotionale Realität der Hauptfigur Ira und die darf dann auch mal übertrieben eingefärbt sein. Also diese Supermarkt-Szene ist ja für mich immer fast wie eine Referenz auf andere Filme gewesen, in denen Menschen spielen, Einbrecherinnen zu sein. Also im Prinzip spielen die jungen Frauen ja wild sein. So wild sind sie eigentlich nicht. Aber dadurch habe ich immer versucht, eine Nähe zu der Hauptfigur zu bekommen, dass man einerseits ein bisschen Spaß daran hat, sie so ausbrechen zu lassen, aber andererseits merkt, dass sie gar nicht so unglaublich weit gehen würden damit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich, die kommen ja aus sehr, sehr privilegierten, geregelten Verhältnissen, also sie haben Abitur, sie kommen irgendwie aus Süddeutschland, Bayern. Der Startpunkt ist eigentlich sehr, sehr brav und ich habe eher das Gefühl, es ist so ein Austesten und ein Grenzen-Austesten-Wollen, dass man dann zu einem gewissen Punkt mitgehen möchte, weil es Spaß macht, auch die mal so ein bisschen zu schütteln. Aber der Film setzt ihnen ja sehr ihre Grenzen im Endeffekt. Also sie werden ja, die Realität kommt sehr hart, indem sie auf der Polizeistation sitzen und irgendwie plötzlich mit der Bürokratie konfrontiert sind, dass auf dem Papier es unterschiedlich bewertet wird, was sie da gemacht haben, obwohl sie eigentlich alle gemeinsam in diese Häuser eingebrochen sind. Und ich glaube, Marlin ist es ja auch, die sagt, als sie noch abhauen wollen, so hey, wir legen denen jetzt Geld dahin, als Wiedergutmachung und dann ist die Sache quasi gegessen. Bevor ich dich, Felix, wegen der Bildgestaltung einbeziehen will, habe ich jetzt aber noch eine Frage und zwar, du hast schon gesagt, die machen da Sachen, die spielen eher wild sein und dein Film ist ja schon ein Coming-of-Age-Film und das ist ja nun mal ein Genre, was so von den Anfängen doch sehr männlich dominiert ist. Und gerade in den letzten Jahren hat man ja das Gefühl, also ich zumindest von meiner Seherfahrung, dass immer mehr auch das Heranwachsen von jungen Frauen so im Fokus steht. Und bei deinem Film ist mir aufgefallen, dass einer, also es gibt ja kaum Männer, die Männer sind ja relativ abwesend und trotzdem ist die Geschichte universell, aber irgendwie hat man doch das Gefühl, dass du auch schon so einen weiblichen Blick darauf hast. Kannst du irgendwas zu deiner Intention sagen oder wie sich das selber angefühlt hat? Hast du da vielleicht Referenzen? Also es gab einfach ein paar Sachen, die mir von Anfang an wichtig waren für diese Geschichte, also dass es eine Frauenfreundschaft ist, die auf eine Art irgendwie körperlich sind. Also ich wollte, dass die Mädels eine Nähe haben, eine Körperlichkeit haben, eine gewisse Punkte, die ihrer durchmacht, sind einfach Punkte der Identitätsfindung und des Erwachsenwerdens. Und auch dieses sich verlieben und darüber nicht so richtig reden können, aber das Gefühl zu haben, dass die Freundinnen sie verstehen und das nicht irritierend finden, sondern also eine gewisse Sprachlosigkeit darüber und trotzdem ein Verständnis. Das war mir irgendwie wichtig und auf eine gewisse Art war der Film für mich immer auch so ein Einblick in so eine kurze Utopie, also einfach so ein Gedankenspiel, was ist, wenn dieses kleine Reich, dieses Dorfes einfach nur von diesen vier Frauen belebt wird und die dürfen kurz machen, was sie wollen. Und diese Sachen sind vielleicht nicht das, was man von weiblich gelesenen Personen als erstes erwartet, sondern ist ein Spielen, ein Austesten, ein Grenzenüberschreiten und auch eine gewisse Aggressivität, die da freigesetzt wird. Und das waren so Sachen, die ich so von Anfang an hatte, die ich ausprobieren wollte oder austesten wollte mit diesem Film. Und Inspiration war also ganz groß der Film Ava für uns von Lea Musius, von einer jungen Frau, die am Anfang des Films, der Film hat sozusagen die Prämisse, dass sie erblinden wird und sie hat so den letzten großen Sommer vor sich, den sie noch sehend hat. Und ihre Mutter will ihr den schönsten Sommer bereiten, den sie so haben kann und sie nutzt diesen Sommer aber, um von zu Hause abzuhauen. Und im Endeffekt auch, irgendwoher kriegt sie ein Gewehr und fährt mit ihm durch Frankreich. Und dieses junge Mädchen, das Entscheidungen trifft, die nicht nachvollziehbar sind, die der Film aber einfach behauptet und die man so erleben und mitgehen muss oder kann, je nachdem, ob man es tut, war ein großes Vorbild. Und ja, weißt du noch Filme? Filme nicht, aber Justine Kurlands Bilder. Ja, es gibt eine Fotografin, Justine Kurland, die sehr, sehr wichtig auch so für inhaltlich war, gar nicht mal so ästhetisch, weil die Bilder sind sehr distanziert und sehr, eher so tableaus fast. Aber die hat junge, ist ins Auto gestiegen, die Fotografin und hat junge Frauen in Amerika angesprochen, sozusagen Streetcasting und mit diesen jungen Frauen so Gruppenfotos inszeniert, die aussehen wie dokumentarische Fotos und aber immer so wie so Parallelwelten kreieren, in denen diese jungen Frauen so ein Ausreißerleben führen. Also es gibt so. Pinkeln am Straßenrand, an der Autobahn oder so. Oder sie jagen irgendein Tier oder sie sind immer so Gruppenfotos, die aussehen. Klauenäpfel. Ja, die so aussehen, als wäre es dokumentarisch und ich habe dann sehr viel darüber gelesen und habe dann erfahren, dass sie eigentlich sozusagen ihre eigenen Fantasien inszeniert hat mit diesen Fotos. Und das hat mich total gereizt oder fand ich total spannend, dass es eben so sich anfühlt, als würde es passieren, aber eigentlich sind es so ihre Ausbruchsfantasien inszeniert mit jetzt jungen Mädchen. Und ein kleines bisschen ist es bei Delga Sensing für mich auch so, weil ich bin ja eigentlich zehn Jahre älter als, also als wir es gemacht haben, war ich zehn Jahre älter als diese jungen Frauen. Und hatte immer so das Gefühl, ich mache so eine Mischung aus dem, was ich selber war oder ich mir selber gewünscht habe und dem, was ich jetzt in auch so Interviews, die ich geführt habe mit jungen Frauen, in den Gesprächen von den Mädchen der Generation jetzt. Und man kann ja fast sagen, dass, also ich bin nicht Gen Z und jetzt gerade sind Mädels aus der Gen Z Generation und dass es so eine Mischung ist aus dem und das hatte ich in diesen, in diesem Tableau Fotos so als große Inspiration genommen. Jetzt habt ihr beide schon perfekt zu der Bildsprache übergeleitet, aber eine Frage habe ich noch, du sagtest gerade Interviews, die du geführt hast, wie viele Interviews waren das so als Recherchebasis vermutlich? Ja, es waren nicht viele, aber es waren so, ich hatte zehn sehr intensive Gespräche mit jungen Frauen von teilweise meiner Schule, teilweise einfach so auch verwandte, einfach junge Frauen, die gerade 80 geworden sind und mit denen ich ein langes Gespräch geführt habe oder auch manchen habe ich die Fragen schriftlich geschickt, zu diesem Scheidepunkt, an dem sie gerade sind und den Ängsten und den Hoffnungen und so sehr große Fragen, aber auch so sehr kleine Fragen wie, mit wem redest du über, in wen du verliebt bist oder mit wem kannst du offen über deine Sexualität reden, solche Sachen und aus diesen Interviews habe ich sehr viel für die Rollen mitgenommen oder das war so der Startpunkt, dieses Buch auch zu schreiben. Genau. Und ja, wild und dieses Alter auch so gut wiedergegeben ist, eben an der hervorragenden Bildgestaltung von dir, Felix. Dankeschön. Man hat ja am Anfang noch so ein, also dieses starke Roadtrip-Gefühl und es flirrt alles, aber spätestens wenn man ins Dorf kommt, dafür, dass wir halt im Frühsommer in Italien sind, es ist ja schon auch ein bisschen spooky und unheimlich. Also es gibt ja auch viele Szenen im Dunkeln oder bei Nacht oder bei Kerzenschein. Magst du was dazu sagen, wie ihr diesen speziellen Look kreiert habt? Ja, also wir arbeiten eigentlich ziemlich, also vom ersten Idee an, arbeiten wir zusammen an der Kamerasprache und an der Look-Kreierung und irgendwie sind wir draufgekommen, ich weiß nicht wann, aber dass dem Film irgendwie so im Laufe der Geschichte so das Licht weg geht sozusagen und also nicht nur das Licht, sondern auch der Strom. Also wir haben quasi den Film eingefasst in Elektrizität, also zu Hause oder quasi bei, mit dem Blitz und dann beim Abi-Essen und am Ende auf der Polizeistation und dazwischen ist immer weniger Elektrizität und das wollten wir halt zum Beispiel durch, also am Ende dann nur mit Kerzen beleuchteten Szenen quasi wiedergeben und spiegeln, bis zu dem Moment, was quasi der, also jetzt kameramäßig dramaturgische Höhepunkt ist, ist, wenn sie auf der Autofahrt sind, auf der Verfolgungsjagd und sie nur noch so ein Rimlight ist und von vorne ist noch die Reflexion des Autoscheinwerfers und sogar das macht sie am Ende dann aus und dann ist sie wirklich nur noch eine Silhouette und das schließt irgendwie auch daran an, an dieses Ganze, ja, die Mädchen haben was ausprobiert auf ihrer Reise und wir auch irgendwie, weil das ja unser Abschlussfilm war und im Endeffekt haben nicht viele Leute so ästhetisch auch mitgesprochen und deswegen haben wir gesagt, jetzt wollen wir eigentlich alles so machen, wie wir es uns ausmalen oder vorstellen oder gern sehen würden, was uns auch den ein oder anderen Anruf mal beschert hat, dann in der Post, weil ihr wisst ja, dass noch ein Fernsehsender dabei war, der hat dann auch mal kurz sich gemeldet und hat gesagt, so geht's nicht, aber da konnten wir dann auch nicht mehr viel machen, genau. Dann ging's doch, oder? Ja, ging dann doch. Du hast es gerade selber schon angesprochen, zwei Sachen, die glaube ich auch zusammengehören, wir haben das sehr gut gesehen, bei dem Kurzfilm, der vorher lief, der ja sehr, Format, sehr, sehr breit war, der Film ist jetzt in 4 zu 3 gedreht worden und auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl, man ist die ganze Zeit ziemlich nah dran und das Porträt scheint mir auch eine wichtige Rolle zu spielen, weil man hat am Anfang diese Fotos und zum Schluss diese Fotos, die natürlich, ja, die sehen halt so aus, wie sie aussehen, ihr wart auch immer sehr nah dran, also es sind viele Nahaufnahmen. Ja. Kannst du was, ja, danke, dass du das bestätigst, aber genau, wie seid ihr da vorgegangen, kannst du was, weiß ich nicht, zur Brennweite oder zur Technik sagen? Genau, also wir bearbeiten das Ganze sozusagen erstmal so gedanklich und dann müssen wir natürlich auch mal was testen und da haben wir dann sehr viele Objektive, Objektivarten und Brennweiten getestet und auch über das Format ganz viel gesprochen und du warst dir von vornherein sehr sicher, dass wir uns in Porträt und in 4 zu 3 bewegen wollen und deswegen haben wir dahin geforscht und eigentlich ohne zu wissen, was wir gerade sehen, haben wir Blindtests gemacht und uns quasi in unserem, also Hochschulkino hingesetzt und haben Tests angeguckt, die wir von den Schauspielerinnen, zum Glück hatten wir die da mal, gedreht haben und haben uns dann irgendwie zusammen alle auf diese eine Brennweite geeinigt und diese eine, also diese Objektive, die wir da benutzt haben und das war eine 50 auf Super 35 Sensorgröße, ist relativ telig, also für jetzt also Leute aus den 80ern ist es gar nicht telig, aber für jetzt sagen wir mal 2000. Gerade Fragen, ich… Also es ist eine, sagen wir mal, eine Normalbrennweite ist so eine 35 oder eine 32, die hat keine besonderen Merkmale an Verzeichnung und der Abstand von der Kamera zur Person überträgt sich eigentlich 1 zu 1 und wir haben eine etwas längere Brennweite genommen, also eine 50 und damit haben wir so ein bisschen mehr, ja, wollten so ein bisschen dadurch mehr in den Headspace von ihr eintauchen und sie einerseits ein bisschen isolieren, also den Fokus auf sie richten, aber gleichzeitig nicht so ganz alles, also sie um sie herum verlieren. Und genau, und dann, genau, also ist das, diese Objektive, ist jetzt eine Movie-Camp, vielleicht interessiert es irgendwen, wir hatten halt das Gefühl, weil Fotografie und Porträt so eine große Rolle spielt, hatte diese Linse jetzt, diese spezielle, dieses dreidimensionale von so Mittelformat-Fotografie, die häufig auch für Porträtfotografie verwendet wird. Genau. Und übersetzt in das, was es für mich als Regie bedeutet, weil es, was ich daran so mochte, auch an dem Format, dass man dieses Format ja eher gewohnt ist von Fotografien, also so Filme, die, die meisten Filme sind sehr viel breiter, das heißt, man hat so dieses Filmgefühl, gerade von dem ersten Film, den wir gesehen haben, im Gör, der in Scope gedreht ist, und das Gefühl, das sich bei 4 zu 3 schneller einstellt, ist dieses von Fotografie, Fotografie verbinden wir mit Erinnerungen, und so hat man ein kleines bisschen das Gefühl, man guckt diesen Film wie eine Art Erinnerung, also, das ist das, was ich irgendwie sehr, sehr mochte daran, dass man durch diesen kleinen Guckkasten reinschaut in die Gedankenwelt von der Hauptfigur Ira, in etwas, was vielleicht sogar schon vergangen ist. Und anschließend daran, also, ist natürlich ein langer Prozess, wie man es so erarbeitet, diesen Look und wie die Kamera arbeitet, aber auch lange Einstellungen zum Beispiel, also wir wollten länger an den Figuren dran kleben und gleichzeitig auch uns so ein bisschen diesen Postkarten-Italien-Film so ein bisschen verwehren, also der Film sollte das nicht so haben, weil der Fokus sollte mehr auf die Figur und den emotionalen, also ihre emotionale Perspektive, also sie steht im schönsten Postkarten-Panorama, aber irgendwie hat sie gerade nur einen Blick für Zoe oder ist irgendwie in dem Kopf woanders. Und genau, und das erarbeitet man dann vor allem dann, wir haben immer eine Kamera dabei, Fotokamera, wir fotografieren alles und beschneiden es dann auf das Bildseitenverhältnis, um dann zu sehen, wie kann so ein Film als Roadtrip von der Hand gedreht, mit langen Einstellungen, ohne viel Equipment, so mit so einem Bogen funktionieren sozusagen. Und du hast es vorhin so kurz nach dem Coming of Age oder so fast nach dem Gaze gefragt und was uns schon auch immer wichtig war, war, dass die Kamera eine der Mädels sein könnte, also sie ist irgendwie auf deren Augenhöhe, man hat sehr selten jetzt einen Topshot oder eine ganz weite Einstellung, in der die, die kleinen Punkte sind, sondern man ist eigentlich, also auch physisch war Felix mit der Handkamera mit in der Gruppe und hat lange Blicke mitgehabt, also es guckt mit rum, teilweise in Echtzeit und das hatten wir uns so gesetzt, als das, was wir wollen, um zu erreichen, dass man eben mit dabei ist, irgendwie physisch anwesend und dass es haptisch ist, wenn man sich in der Kamera so mit in der Gruppe fühlt. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Zur Perspektive habe ich gleich auch noch eine Frage, aber vielleicht möchte ja jemand von Ihnen oder euch schon irgendwas sagen, Fragen. Dann komme ich da ganz oben, Sekunde. Funktioniert das? Ne, so, ist gut. Also ich wollte fragen, glauben Sie, dass es um eine sehr, wie soll ich sagen, um eine Fantasie geht, die nicht nur von diesen deutschen Mädels gelebt wird, indem sie in eine Landschaft ankommen, wo sie überhaupt keine Ahnung haben, was genau passiert, also dass das Dorf evakuiert wurde und so und sie sind in ihren Abitururlaub und denken, ach cool, wir können einbrechen und haben sozusagen kein Bewusstsein, also keinen Kontakt, aber glauben Sie, das ist auch ein bisschen eine deutsche Fantasie, das so zu gestalten, dass zum Beispiel Ira direkt bei der Nonne landet und die man in Englisch spricht und so, also inwiefern ist das auch so eine sehr deutsche Darstellung der Dinge oder ihre persönliche Sichtweise? Das würde mich interessieren. Auf jeden Fall, also es ist ja auch die deutsche Figur, die Hauptfigur und wir sehen die Figur, die Italienerin durch ihre Augen und die italienische Figur wird ja von ihr auch anders wahrgenommen, als sie im Endeffekt eigentlich ist und sogar die italienische Figur spielt damit, also spielt damit, die Mysteriöse zu sein und ist im Endeffekt diejenige, die von ihren Eltern abgeholt wird und für die das Ganze eher ein Scherz war, aber es ist auf jeden Fall eine deutsche Perspektive und durch die deutsche Figur auch so erzählt, ob man jetzt mit den Nonnen am Ende klischeehaft findet oder nicht. Für mich war es eher auch so ein bisschen die Abrechnung mit ihrer Haltung zur Religion, weil sie ja sehr abwertend der Kirche gegenüber ist und für mich war es eher so die Ironie des Schicksals, dass sie dann dorthin geschickt wird und das anders ist, als sie es erwartet hat und niemand was von ihr will und niemand an ihr zerrt und niemand sie bekehren will, sondern sie einfach dort für die Nacht pennen kann, blöd gesagt und sie an einem Ort von erwachsenen Frauen ist, die sehr im Reinen mit sich sind und die sie nicht belehren wollen, sondern an denen sie zum ersten Mal zur Ruhe kommt, im Gegensatz zu der Gruppe von Frauen, in der sie sich davor befunden hat und andererseits wieder eine Welt der Uniformen, in die sie kommt. Also sie war davor auf der Polizeistation in Uniform und sie kommt aus der Welt der Abi-Feier, wo alle irgendwie uniformiert gekleidet sind und kommt wieder in so eine Welt. Also es war eher der konzeptionelle Gedanke, aber auf jeden Fall auch überhaupt die Fantasie nach dem Abi nach Italien zu fahren ist super klischeehaft und das wollten wir schon bespielen und auch benutzen, aber der Versuch war schon und natürlich auch der Gedanke in so ein Dorf zu kommen und das sofort als mysteriös zu empfinden. Ich meine, die meisten Dörfer, in denen wir waren, sahen genauso aus und waren belebt, aber waren eben halb verlassen und halbe Geisterdörfer. Aber dass bei denen dann diese Fantasie losgeht und sie sich das dann gleich vorstellen, dass die ganze Welt nicht mehr existiert, ist natürlich ein Blick von einem Großstadtkind. Ich würde da gerne einhaken, weil bei mir ging es so, apropos Fantasie, ich habe daran gedacht, vielleicht habt ihr jetzt gerade Corona auf eine andere Weise zu Ende gespielt. Sozusagen da ist jetzt halt genau das passiert und da ist jetzt niemand mehr. Und ich weiß ja, ihr habt ja in dem Zeitraum, wo Corona gerade aufkam, auch recherchiert und so. War dieser Gedanke da auch mit drin, dass so eine Lesart wie auch so eine Pandemiesituation sich sozusagen ganz dystopisch entwickeln könnte, sondern auch mit reinspielt? Ja, beziehungsweise einfach das, was ich aus diesen Gesprächen so rausgenommen habe, dass alle von diesen Mädels davon gesprochen haben, wie sehr sie die Welt als eine aus Nachrichten über Katastrophen bestehend empfinden und dass schnell dystopische Szenarien aufgeputscht werden irgendwie und dass es nahe liegt, sich dann so etwas schnell vorzustellen oder auch über überhaupt so das Weltende nachzudenken. Und klar hat es damit reingespielt, dass wir alle diese Bilder kennen von leeren Großstädten auch einfach. Sabine? Es ist ja auch jetzt nicht alles realistisch in diesem Film. Es hat ja auch viele Genre-Elemente, also Thriller-Elemente oder ich würde gerne mal was über das Hexenmotiv noch wissen. Das fand ich nämlich sehr interessant. Es sind verschiedene Aspekte, die da mit rein spielen. Also einmal, dass für mich diese Hauptfigur eben sehr auf der Suche nach etwas ist, was etwas ist, woran sie glauben kann oder was ihren Weg bestimmt, was offensichtlich nicht Religion ist oder die Kirche nicht ist, weil sie damit nichts anfangen kann. Aber es ist trotzdem die ganze Zeit die Geschichte einer Suche und für mich war eben diese relativ naive, aber für einen jungen Mensch romantisch-poetische Idee, dass es diese Hexen gibt, die den Weg, die das Schicksal bestimmen, die den Weg gestalten, eine Idee, die sich in ihrem Kopf sehr fest setzt und die dann eben in dem Moment, in dem der Film auch ein kleines bisschen die Realität verlässt oder beziehungsweise sie sich in einer Fantasie verliert, diese Figuren eben auch optisch einen Platz in dem Film bekommen und in dem Fall eben auch gespielt von ihren drei Freundinnen. Also es sind ja die anderen drei Figuren im verkleideten Zustand, die sie beobachten und die für sie das Gefühl geben, eingreifen zu können, was sie im Endeffekt aber nicht tun. Und gleichzeitig ist es der Punkt, so fast der Mittelpunkt des Films, wo sie diesen Überfall im Supermarkt machen und verkleidet sind in diesen Kostümen und ab dann sind diese Hexen ja frei im Dorf und sie sieht sie immer wieder und für mich war das auch so dieser Gedanke von, wohin könnte der Film noch gehen, also was für eine Kurve könnte der nehmen, wenn wir in der Fantasiewelt bleiben oder in der Welt, in der Idee bleiben, in der drumherum die Welt wirklich ausgestorben ist. Aber dieses Spiel mit dem Genre war für mich irgendwie so ein bisschen wie die Reise, die die Figuren selber durchmachen. Also man verliert sich kurz in diesem Gedanken so, wohin geht es eigentlich? Also hat das alles einen übernatürlichen Grund? Und so wie die Hauptfigur so ein kleines bisschen daran zu glauben beginnt, sollte auch das Publikum kurz daran glauben, in dem diese Figuren auch optisch zu sehen sind und nicht nur als Gesprächsidee oder als Gedankenspiel. Und so wie die Mädels irgendwie sehr trocken am Ende auf der Polizeistation sitzen, macht der Film auch diesen Cut wieder ins sozusagen naturalistische Drama oder wer auch immer. Also jedenfalls in kein übernatürliches Ende. Und dieses Spiel damit, hatte ich das Gefühl, ist für mich auch was, was eben Film so gut kann als Medium. Weil wenn man Genre-Elemente gesetzt bekommt, dann erwartet man auch an Genre-Ende. Also man traut dem Film plötzlich zu, dass er übernatürlich endet. Und das ist ja was, was sehr viel mit einer kindlichen oder jugendlichen Fantasie zu tun hat, dass man plötzlich an diese Dinge glaubt und die zulässt und glaubt, dass es das gibt. Und dazu kann der Film einen sozusagen kurz verführen, was ich extrem reizvoll finde. Da ist die nächste Frage. Ja, vielen Dank, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich hätte auch noch mal eine Frage zur Religion. Und ich finde das fast, also man könnte fast sagen, dass es so eine zweite Klammer ist, die den Film dann abschließt. Wir haben erst die beiden, die Abi-Fotos und dann die Bilder auf der Polizeiwache. Und dann gibt es ja die Szene in der Kirche und dann endet es, wie Sie das ja auch gesagt haben, im Kloster. Und die Kirche schlägt ja sozusagen zurück und hat sie dann am Ende wieder. Und vorher der Exzess in der Kirche, der queere Flirt in der Kirche. Und dann findet sie sich in einer ganz anderen Frauengruppe. Das quasi biblische Motiv der Tiere, die vor der Katastrophe fliehen. Und meine Frage, war das zum Beispiel auch eine Frage, die jetzt in die Recherche eingegangen ist, die Sie den jüngeren Frauen gestellt haben? Oder war das Interesse dann wirklich eher so eins der Symbolik und der Bildersprache, ein bisschen abstrakter vielleicht? Beides. Also für mich ist die Klammer, endet eigentlich noch eins später, nämlich nicht miteinander, sondern sie alleine und die Geschichte, die Zoe erzählt hat, die sich bewahrheitet. Also oder etwas, was sie einen ähnlichen, einen Moment, den Zoe ihr vorher erzählt hat, den sie ähnlich erlebt. Und da ist für mich eigentlich eher die Klammer, der Film endet eben nicht nur trocken auf dem Boden der Realität, sondern etwas von der Poesie, die sie erlebt hat oder die ihr auch gezeigt wurde, hat sich bewahrheitet oder kann sie selber auch nochmal erleben. Also eher sozusagen ein Appell an die verträumtere, kindlichere Seite in ihr, die Recht bekommt. Und was ich aus diesen Gesprächen von den jungen Frauen mitgenommen habe, war dieses Zweiergespann aus extrem positiven, hoffnungsvollen Gedanken von jungen Frauen, was ihnen möglich ist, was sie sich zutrauen, was die Generationen vor ihnen an Frauen auch teilweise nicht konnten und was für eine Freiheit sie haben in der Wahl, was sie machen können. Und andererseits diese große Angst vor dem Gefühl, die Generation zu sein, das Thema der dauerhaften Krise und vor allem der Natur natürlich, mit der Klimakrise, dass das ein Thema ist, das diese Generation wirklich zu spüren bekommt, auch in den Lebensentwürfen. Und dieses Zweiergespann von sehr extremen Gefühlen wollte ich immer in diesem Film mit reinnehmen als Thema. Nicht als Themenfilm, also nicht als Thema an der Oberfläche, aber als das, was eigentlich dieses Dorf auch ist. Es ist der Ort, in dem sie die größtmögliche Freiheit haben und gleichzeitig ist es eigentlich, brennt es drumherum oder könnte es brennen und es ist eigentlich gefährlich. Und beides schließt der Schluss wieder mit ein. Also die Vögel sind eine Erinnerung an das, wie die Welt der Natur verrückt spielt und gleichzeitig ist es die Bestätigung von dieser großen Freiheit, die sie hat und die Fantasie, die sich bestätigt. Maxi, willst du noch mal? Ach so, ja, also ich würde vielleicht noch mal ein bisschen genauer nachhaken, weil ich das auch so verstanden hatte, sie ist dann zwar in einer Gesellschaft, also ich habe das auch wie so ein Epilog verstanden, dass sie dann in einer Gesellschaft von Frauen zwar ist, aber dadurch, dass sie das ja wahrzunehmen scheint, warum die Tiere kommen und die Nonnen ja wirklich so ein bisschen wirken, so erstaunt, als wäre das jetzt irgendeine Wundererscheinung, obwohl die das wahrscheinlich auch schon kennen, wenn es so häufiger brennt und so. Also, dass da diese, ja, dieses Spiel mit mystischen und religiösen Motiven und mit der Ratio, die auch immer wieder reinkommt. Ich weiß, also, antwortest du. Ich wollte nur kurz so noch mal, sie ist da nur eine Nacht. Also sie ist, es ist nur wirklich die Ironie des Schicksals, die sie dahin verschlägt. Es ist eine Übernachtung und sie eindet nicht im Kloster. Das sollte auf keinen Fall die Aussage dieses Films sein. Und, genau, es ist eher nur die Erwartungen, die sie daran haben würde, wenn man sie davor kennt, erfüllen sich nicht, sondern sie ist dort einfach an einem Ort, an dem sie kurz zur Ruhe kommen kann. Ich hatte jetzt auch nicht das so verstanden, dass sie zwangsordiniert wird, aber vielleicht kannst du das auch noch mal ergänzen, wie man so ein bisschen damit umgeht. Weil das ist ja nicht, ne, der Film arbeitet zwar in die Richtung, dass man denkt, jetzt ist alles möglich, jetzt könnte es, es könnte ja auch irgendwie in eine sehr gewaltige, also es müsste ja auch nicht so ausgehen, wie es ausgeht. Sie könnte ja auch einfach schießen. Also, dass man diese falschen Pferden hat, aber wie bist du damit umgegangen, halt dieses Gleichgewicht zu finden zwischen diesen Aufnahmen von den Hexen zum Beispiel, wo man auch manchmal das Gefühl hat, diese Perspektive kommt jetzt eben nicht aus dieser Gruppe, sondern ich erinnere mich an eine Einstellung in der Kirche, es sind schon alle rausgegangen und dann haben wir noch so einen Schwenk. Da habe ich mich gefragt, wessen Perspektive nehme ich denn jetzt eigentlich ein? Ja, das war immer noch eine Überlegung, also aus der Atmosphäre raus, dass man die noch einfängt und dass man das Dorf auch so als Art Protagonistin irgendwie mit etabliert. Und die Hexen, die haben wir auch in vielen Szenen, die auch nicht im Film gelandet sind, anders gedreht. Also da waren wir meistens auf so einem stabilisierten System und haben versucht, also auch teilweise durch Manipulation der Framerate, also dass es so eine Art so Halbzeitlupe ist, ist aber nicht wirklich, also normalerweise haben wir den Film mit 24 Bildern pro Sekunde gedreht und dann haben wir die Hexen teilweise mit 30 oder so gedreht. Und dann, wenn man das abspielt, dann ist jede Bewegung nicht ganz, also naturalistisch, wie man es halt kennt, sondern sie ist so minimal Zeitlupe und es ist so ein bisschen was off. Und mit solchen Elementen haben wir dann gespielt, um zum Beispiel die Hexen zu zeigen oder bei den Hexen haben wir teilweise auch andere Brennweiten oder andere Blende oder so verwendet und genau, was haben wir noch gemacht? Nee, ich wollte nur sagen, weil du meinst, was für eine Perspektive das dann ist. Das ist dann das, was ich bezeichnen würde als ihre emotionale Realität, die wir dem Publikum natürlich dann auch als GeschichtenerzählerIn erzählen. Also der Film spricht dann in dem Moment mit dem Publikum und erzählt nicht mehr, wo sie gerade ist, sondern wie sich das da anfühlt. Nämlich, irgendwas ist hier off und der Wind pfeift durch die Orgelpfeifen und gibt Töne von sich, die ein kleines bisschen zu sehr nach Filmmusik klingen. Also irgendwas wird einem, der erzählt, was anfängt, genrehaft zu sein. Aber gerade der Wunsch nach so einem Element in der Erzählung erlaubt uns halt, sowas zu machen. Also dass wir einfach dann mal kurz uns eine Spinne anschauen oder einen Grashüpfer oder also sowas. Genau, solche Elemente, die haben wir auch gesammelt einfach, um sie möglicherweise dann in so atmosphärische Elemente einzubauen. Wir haben hier noch eine Frage aus dem Publikum gerade. Ja, danke. Also ich fand den Film insgesamt von der Erzählung her spannend und gut, aber ich bin am Schluss in die Irre geführt worden. Das ist zumindest mein Eindruck und deshalb wollte ich da noch mal kurz nachfragen. Ich hatte den Eindruck aus der Folge, Polizei, Kloster, Nonnen, ergibt sich, dass sie sozusagen zur Resozialisierung in dieses Kloster eingewiesen worden ist. Und ich habe nicht kapiert, dass es nur um eine Nacht geht, sondern ich hatte den Eindruck, dass sie jetzt sozusagen tatsächlich entgegen ihrer Überzeugung eigentlich, oder entgegen ihrem Verhalten, dass sie in der Kirche gegenüber hat, von der Kirche jetzt gezwungen wird, sich zu sozialisieren oder resozialisieren. Und das fand ich etwas dubios. Also es war aber nicht so gemeint, habe ich das richtig verstanden? Ja, weil das wäre ja ein sehr großer Zeigefinger. Nee, den wollte ich nicht. Wobei es ja Freiheit des Einzelnen ist, was man dann am Ende drin sieht. Ja, auf jeden Fall. Noch weitere Fragen? Ja. Ich habe mal eine Metafrage. Und zwar ist das ja euer erster großer Film, der jetzt auf Festivals läuft, bei dem ihr solche Publikumsgespräche macht. Und das ist sicher eine neue Erfahrung für euch, so einen Film so ausführlich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und dann auch mit Fragen konfrontiert zu werden. Und ich frage mich bezüglich solcher Fragen, ist das, wie ungewohnt ist das? Weil, also als jemand, der selber Kunst macht, höre ich dann manchmal Fragen bei solchen Gesprächen, die mich nicht verwundern, weil ich weiß, dass Leute solche Fragen stellen, aber die mich irritieren, weil als Künstler man eigentlich über ganz andere Dinge nachdenkt, als darüber zum Beispiel, was bedeutet das jetzt? Oder was will ich damit sagen? Oder was ist die Message hiervon? Oder wie ist das gemeint? Wie geht man damit um, wenn man also jeden Abend oder für ein halbes Jahr oder so dauernd so Fragen bekommt? Was habt ihr damit gemeint? Was bedeutet das? Also fühlt man sich dadurch unter Druck gesetzt, sowas zu beantworten? Oder will man eigentlich vielleicht zurückfragen? Ja, was bedeutet das denn für euch? Weil, also mir, es gibt einen Teil für mich, wenn Künstler solche Fragen beantworten, den ich sehr schade finde, weil das Schöne an Kunst, finde ich, ist, dass sie ambig ist, mehrere Sachen gleichzeitig bedeuten kann, widersprüchlich ist und jeder beantwortet die Sachen selber. Und wenn dann jemand vorne ist und sagt, ja, eigentlich haben wir das so gemeint, dann denke ich immer, hm, hm, ähm, wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Aber, ähm, also wie geht euch das? Ich fände das sehr stressig, so, 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 mir solche Fragen löcherst zu werden. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr neue Erfahrung, weil man tatsächlich in der, den Film plötzlich sehr anders betrachtet. Und, ähm, du hast recht, ich würde sehr gerne, sehr oft die Rückfrage stellen, ähm, wie hast du es denn wahrgenommen oder was hast du für dich gedacht? Weil ich alle Interpretationen immer gerne zulassen würde. Also es gibt natürlich nicht das, so habe ich es eigentlich gemeint und schade, wenn du es nicht gecheckt hast, weil so war es gemeint und das ist richtig. Ähm, sondern ich finde es sehr schön, wenn andere Leute mir erzählen, dass sie es ganz anders verstanden haben. Ähm, das ist ja hier ein Werkstattgespräch, deswegen, ähm, versuche ich dann schon zumindest zu, zu erklären, was der Gedanke dahinter war, weil ich das umgekehrt auch oft, äh, bei anderen spannend finde und von anderen gerne hören würde, was ihre Interpretation ist, weil ich selber als Publikum trotzdem für mich, wenn ich von dem Film eine andere Interpretation habe, die behalten kann. Also so geht es mir zumindest. Ähm, ja, schade ist nur, wenn man, wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme einen Verteidigungsmodus, weil das will ich eigentlich gar nicht. Ich finde, ich finde alle Interpretationen in Ordnung, ich finde alle Kritik daran in Ordnung, ich finde das eigentlich sehr, sehr interessant, was eben damit passiert und ich komme einfach in die seltsame Situation, meine Filme plötzlich durch ein, durch ein anderes Auge angucken zu, zu müssen oder zu dürfen, den ich während des Machens natürlich nicht, oder die Position, die ich nicht so einnehme, weil ich, ähm, nicht mit einer Message an ein Drehbuch rangehe oder mit einem, das soll das bedeuten, das ist kein Themenfilm, es ist kein Film, der eine politische Aussage treffen will, sondern, ähm, es ist ein Film, der begonnen hat mit Fragen und mit Gefühlen und mit Gesprächen und der weiter entsteht mit, ähm, ähm, Symboliken, die wir ausprobieren wollen oder die, äh, wir mitgeben wollen den Figuren, dem Publikum und das dann so umzudrehen und so auseinanderzunehmen, ist natürlich einfach eine ungewohnte Position. Ja, wir haben auch vorhin schon über Filmkritik gesprochen, wenn EPD Film ja auch Mitveranstalter hier ist, ähm, das ist ja dann quasi die nächste Stufe, so wenn man das dann geschrieben von Fachleuten, äh, quasi kommentiert bekommt, woran ihr vier Jahre gearbeitet habt, wäre jetzt vielleicht die Anschlussfrage, wie ist das dann? Also, ihr habt jetzt Kritiken aus Deutschland und den USA hauptsächlich, äh, bekommen, äh, äh, was mir vorhin schon gesagt, nicht alles gelesen, aber trotzdem, ähm, erzähl mal von diesem Prozess vielleicht noch, das ist vielleicht die spannende Anschlussfrage noch dazu. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mich da so, von so frei wie möglich zu machen, weil, ähm, es kann einfach sehr irreführend sein, das als Filmschaffende zu lesen und dann als Leseanleitung misszuverstehen, was ich als nächstes machen soll oder was ich daran hätte ändern sollen oder sowas. Also, ich versuche so wenig wie wirklich, Entschuldigung, EPD Film, so wenig wie wirklich davon zu lesen. Ähm, es, ich finde es total, ähm, faszinierend und toll, natürlich auch einfach in Zeitschriften, die ich so selber als Teenie abonniert hatte, plötzlich ein Foto von meinem Film zu sehen und einen Text darüber zu lesen, ähm, aber es sind dann einfach alles individuelle Sichtweisen von dem, was ich gemacht habe und ich kann das nicht nehmen als, ähm, Feedback wie bei einer Prüfung, wo, wo jemand sagt, so, das und das ist gelungen und das ist nicht gelungen oder, ähm, ich glaube, dann würde ich anfangen, nur noch gefallen zu wollen und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann für den kreativen Prozess oder vor allem, wenn man, wir sind gerade in der Vorbereitung von verschiedenen Projekten und ich werde, ich werde Sachen wieder machen, die an dem Film kritisiert werden oder ich will Sachen ändern, die jetzt Leute toll fanden, also, ähm, das ist, glaube ich, was, wo man einfach lernen muss, damit umzugehen. Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, du bist in Vorbereitung zu anderen Projekten, welche denn? Ähm, wir drehen dieses Jahr, äh, Allegro Pastel, eine Romanverfilmung, ähm, die auch zum Teil hier spielt, in Frankfurt, wir haben heute schon ein paar Locations angeschaut ähm, und ich schreibe gerade zusammen mit einer Co-Autorin einen Body Horror Stoff, ähm, den wir dann in fernerer Zukunft drehen, aber wo wir gerade am Drehbuch sitzen, ähm, wo das, das magisch-realistische oder das Fantastische noch sehr viel mehr Raum bekommt, aber wo es auch wieder um eine, ähm, Frauenfigur geht, die unnachvollziehbare Entscheidungen trifft. Das klingt total spannend und wir haben natürlich eine Abschlussfrage, diese ganze Reihe hat ja eine Frage im Titel und ich bin quasi vertraglich verpflichtet, sie zu stellen, ähm, was tut sich im deutschen Film? Ähm, das war jetzt euer Abschlussfilm an der HFF München, ihr seid damit rausgegangen aus Deutschland, zum einen zum Drehen, zeigt uns eine Welt, die nicht eine deutsche ist, zumindest zum Großteil und habt auch international einiges mitbekommen, viele haben auch gesagt, er wirkt ja gar nicht so deutsch, klang er heute auch mal so zwischenzeitlich an, ähm, wie siehst du das, was tut sich im deutschen Film und siehst du dich da, gibt es da verbündete Menschen, die, wo du sagst, ja, die machen auch Filme so, wie ich sie gut finde? Ich finde, was mir sehr, sehr Mut macht, sind, ähm, Gespräche mit, äh, Filmschaffenden, gerade, wie jungen Filmschaffenden, die ich jetzt von meiner Hochschule kenne, zum Beispiel, die sehr viel, ähm, Mut haben, nicht Raster zu wiederholen oder nicht Genre-Erwartungen zu wiederholen, die, ähm, für die das deutsche Kino bekannt ist, also sei es die deutsche große, ähm, Mainstream-Komödie oder das, ähm, die bekannte Berliner Schule, sondern, ähm, Genre-Mischformate oder, ähm, Arthouse-Komödien oder, ähm, Filme für Jugendliche, also, ähm, das, das macht mir sehr, sehr Mut, dass ich das Gefühl habe, es gibt viele Menschen, die, ähm, nicht weiterhin das erfüllen wollen, wofür Deutschland, äh, bekannt ist oder auch unbeliebterweise bekannt ist, und, ähm, was mir auch sehr viel Mut macht, sind so Gespräche, wie zum Beispiel mit, ähm, Julio Weigelt und, ähm, Christopher Kröner vom Filmfest München, mit dem wir einfach durch das, durch die Premiere dort sehr viel Kontakt hatten, die so, nach so Filmen suchen und denen Platz bieten wollen. Ähm, ich bin schon auch ein kleines bisschen schockiert von dem Kinozustand gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, also von dem, wie viele Leute ins, wie wenig Leute ins Kino gehen und, ähm, wie wenig kleine deutsche Filme gesehen werden und wie wenig Plattformen die, oder wie viel, wie wenig Aufmerksamkeit die dann einfach bekommen, ähm, und wie viel Geld in weiterhin das gleiche, große gesteckt wird von Förderungen auch und wie oft ich den Satz höre, ähm, ja, wir können dir das erst zutrauen, wenn du schon mal gezeigt hast, dass du das kannst, also sei es ein bestimmtes Fernsehformat oder sei es ein Langfilm, also wir haben ja auch irgendwie uns ausgetrickst, indem wir diesen ersten Schritt des Langfilms an der Filmhochschule gemacht haben, also im komplett geschützten Rahmen des Studentenfilms, äh, das sind Sachen, die meiner Meinung nach sich ändern müssten, wo dem Nachwuchs mehr zugetraut werden müsste, wo mehr Experimente gewagt werden müssten und wo man sich mehr darum kümmern müsste, das, ähm, Publikum dafür zu interessieren und das ans Publikum ranzubringen. Danke dir, da habe ich noch eine Anschlussfrage, weil, äh, Mubi ist ja euer Verleih und, äh, das ist eine Online-Plattform, ähm, die bekannt ist dafür, immer, äh, für einen Monat 30 Filme auszuwählen, Filmklassiker oftmals, aber auch aktuelle Filme, sehr kuratiert, die jetzt seit kurzem eben auch so ein Kino-Auswertungsprogramm haben. Ähm, ihr seid jetzt der erste Film, der hier bei uns in dieser Reihe läuft, der von Mubi ist. Erzählt vielleicht da noch kurz, was ist da, auch wenn es jetzt euer erster war, anders, was, was machen die besonders, warum habt ihr euch für die entschieden? Ähm, die machen genau das, wovon ich gerade gesprochen habe, die versuchen das, ähm, Publikum für den, ähm, nicht-Mainstream-Film zu begeistern und zu trainieren und es gibt jetzt dieses Programm Mubi Go, wo man, wenn man das Abo hat, ähm, einmal pro Woche einen von Mubi vorgeschlagenen Film quasi umsonst, wenn man das Abo eh schon hat, im Kino gucken kann, das heißt, Mubi kuratiert, Mubi sagt, schaut euch diesen Film an, das ist unser Film der Woche, hier könnt ihr ihn mit unserem Abo for free anschauen, ähm, das sind Empfehlungen, das ist ein, ein Kuratieren, das ist ein, ähm, vertraut uns, wir schlagen euch was vor, was ihr euch normalerweise nicht anschauen würdet und das finde ich total toll und, ähm, dass sie eben jetzt auch als Verleih fungieren, ist, ähm, auch wieder ein, ein positives Zeichen an, ähm, die Hoffnung ans Kino und, dass sie meinen Abschlussfilm ausgewählt haben als einen Film, den sie ins Kino bringen, ist für uns, also, der Film war jetzt eben ganz regulär im Kino im November, das ist ein Traum, der wahr geworden ist, das hätte ich davor nie gedacht, dass uns das ermöglicht wird und das ist eben deren, ähm, Interesse am, ähm, Film, fürs Kino. Das ist ein tolles Plädoyer fürs Kino. Bevor ich mich bei euch bedanke, möchte ich natürlich gerne noch Werbung machen, denn im Februar geht's natürlich weiter bei dieser Reihe. Am 25. Februar wird dann die wunderbare Eileen Tetzel hier sein. Sie kennen sie wahrscheinlich als Schauspielerin hauptsächlich. Sie hat jetzt aber auch ihren ersten Langfilm realisiert auf der Isle of Sky. Ähm, ganz, ganz wunderbar. Sie hat auch viel poetisch-tänzerisches dabei. Es ist eine Liebesgeschichte, aber lassen Sie sich davon nicht schrecken, denn das ist trotzdem bestes Arthouse-Kino und, äh, 25. Februar unbedingt vormerken, aber jetzt sagen wir ganz herzlichen Dank, dass ihr uns aus dieser Frankfurter Kälte in italienische Hitze entführt habt. Großen Applaus Dead Girls Dancing, Anna Roller, Felix Pflieger, vielen Dank und Maxi Braun für das Gespräch. Kommen Sie gut nach Hause. Kommen Sie gut nach Hause. Danke, vielen Dank. Danke. Vielen Dank.